Musik Vakuumpumpen, Verdichter und alles rund um Drucklufttechnologie. Der Firma Becker in Wuppertal. Das ist die neue Arbeitswelt des ehemaligen Bauschlossers Carsten Wegermann. Nach einem Zusammenbruch im Jahre 2010 war das Wichtigste für Carsten Wegermann, seinem Leben wieder Struktur zu verleihen. Profil hat einen großen Anteil dran, weil in dieser Krankheit bin ich ja dann erst nach Profil gekommen und habe mit drei Stunden angefangen. Mir hat das persönlich eine Struktur gegeben für den Alltag und dass ich mich wieder motivieren konnte, ein neues Leben zu beginnen. Musik Der Einstieg in das neue Berufsumfeld braucht Zeit. Nach einem dreimonatigen Praktikum und der schrittweisen Einarbeitung in seinen neuen Arbeitsplatz ist er nun mit seinen Aufgaben vertraut und inzwischen ein wichtiger, verlässlicher Mitarbeiter. Er ist sehr eigenständig und er will auch immer nach vorne und solche Leute braucht man einfach. Weil es gibt genug andere, wo man sagt, okay, die schleppen sich da so durch und machen nur das Nötigste. Und solche Leute, die wirklich wieder Fuß fassen wollen, die sind da auch sehr engagiert und wollen einfach. Im Moment umfasst sein Arbeitsgebiet die Fertigung von Einzelteilen an modernen CNC-Maschinen. Die Arbeit erfordert hohe Konzentration und einen gewissenhaften Umgang mit den Maschinen. Durch seine persönliche Entwicklung bekommt Carsten Wegermann die Chance, an Weiterbildungen teilzunehmen. Bereits Anfang nächsten Jahres wird er einen weiteren wichtigen Schritt machen. Becker wird ihn übernehmen. Ein zusätzlicher Grund für ihn, an seinen Zielen festzuhalten. Ich würde ihm raten, irgendwo nicht aufzugeben und an sich zu glauben und versuchen, von den Fähigkeiten, die er mitbringt, irgendwo kann man noch was draus machen.